Derby ist halt ein Derby. Derbys sind halt immer kritisch. Es ist halt immer ein bisschen zweikampfhärter als ein normales Spiel in der Liga. Ethos hat phasenweise, finde ich, auch gut gegengehalten. Wir haben aber letztendlich einen Köln-Kopf bewahrt. Wir haben dann relativ spät das 1-0 gemacht. Glück, dass er da Freischuss pfeift für uns, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Und ja, dann folgt halt relativ schnell das 2-0, das 3-0. Und dadurch, ja, schon am Ende, würde ich sagen, verdienter Sieg für uns. Das Spiel war sehr intensiv, wie es sich für ein Derby gehört. Viele Zweikämpfe, viele sehr harte Zweikämpfe, kritische Entscheidungen. Schiri hatte viel zu tun. Für einen alleine ist es auch oft schwer in der Bezirksliga, Zweikämpfe zu sehen. Vielleicht Fouls im Fünfer am Torwart. Ist halt immer schwer. Sachen, die im Aus sind, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir das 1-0 gemacht nach dem Standard. Ethos in Unterzahl macht natürlich noch weiter auf. Ja, das 2-0 Konter gut ausgefahren. Ja, das 3-0 halt nach einer Ecke. Ethos weit aufgerückt. Ja, und dann reingemacht, das Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.